Time and time waits for an old man and ain't got time, shake your hand Get that style and check, put it in pockets till I get back, go downtown Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Wettbewerb-Video hier auf meinem Channel. Schön, dass du ein Video eingeschaltet hast. Ich würde sagen, heute zu einer Runde Bad Roths und Edworks Crazy, ja, wie immer. Und zwar Let's Loop, glaube ich, ja. Oh, er hat zwei Seiten. Nein, erste Hälfte ist Clock und Hälfte Creeper. Okay, weiter geht's. Okay, natürlich anscheinend gar nichts. Das heißt, es wird wahrscheinlich ausgehen, dass die Runde nicht funktionieren wird. Gut, wir sind kein gutes Team. Wir sind kein gutes Team. Ich würde sagen, ich nehme einfach das hier mal und wir klettern weiter hoch. Ah, so. So, wo sind wir denn? Team Grün, hoffe ich doch. Orange, Mann, oh. Ich würde mal sagen, wir holen uns direkt. Oh, Team Lila ist baga... Ich würde sagen, wir gehen direkt zu Team Lila rüber, wenn der Typen sich unten mal was macht. Was er eh nicht tut. Komm, ich bin viel schneller als du. Hahaha. Wo muss ich denn... Oh. Scheiße. Ähm, so, hier rüber. Was für ne Lache das einfach mal grad war. Ro- Ba-dam-dam-dam-ps. Oh, bagger. So knapp. Der baut direkt an unserem Weg an. Oh mein Gott. Oh, ich hab ne WhatsApp-Nachricht. Oh mein Gott. Ich hab ne Whatsapp Nachricht Was wollt ich mal gesagt haben Hab ich noch genug? Ja, hab ich noch genug Wie einfach mit der Maus immer ein stück weiter wegrutsche Du hast vom Bett einbauen gehört Oh, Bagger, wie die nicht auf uns achten So, ah, das hab ich schon übernommen, diesen scheiß Spruch So richtig billig eingebaut Oh, Hardcore Ich bin so dumm, dafür hab ich mich schon geschlagen Stirb schon, schneller Nein Ja, ja, ich hab überlebt, ich bin Skiller, okay Nein, Hardlight bist du nicht Nichts, wie rüber Okay, äh, bin ich gerade ein Stück gepackt, bin ich gerade ein Nein, nein, Fernando, du weißt nicht, was du tust Okay, tslashup Geh mir nicht auf die Nerven Ich bin am aufnehmen Bin am aufnehmen Thomas King So, ähm So, Nummer 3 Was machen wir denn, das 4x4? Hallo, 4x4, den Witz Ah, ah, mitnehmen Hilfe Zehn Minuten später Ah Okay, ähm, der war jetzt richtig schlecht Lobby voll, lobby voll Ah, da sind wir dran So Hyper, hyper Äh, lol Ich weiß nicht, wer du bist Oh mein Gott Grün Ha, ich bin der einzigste in Grün-Tür in Grün-Rot Go Red Oh Mann, ey Der soll immer warten Warte auf Arte War schlecht So Kann ich ein kleines Easter Egg zeigen, guck mal Wir gehen hier entlang Und wenn wir nicht so Oh, Schleim Oh, Schleim Ich mag Schleim Äh, irgendwie auch nicht Äh Schneller, schneller Nein Ich kann euch das Easter Egg nicht zeigen Selbstmord Nein Hallo Ich bin Ortleid Und wer seid ihr? Merp 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 Geil So Special Effects Oh 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 Nein Ich hab wieder dieser Skin Dieser Malone-Skin Äh, komm Komme, mein ich Nicht Unge Das ist ja gar kein Unge Klapper Wie peinlich Danke, komme Nein Du hässlich, der komme Verarsche Gib mir die Power in Small Power Guck mal, wie der hier geiert Darauf Ja gut, ich hab Bagger Ähm Sorry, dieser Spruch ist einfach mal scheiße Ich weiß So, jetzt laufen die eh Mit mir her Wie Unlock Achso, der baut neben das Größte Okay, ist auch cool Und wir bauen uns rüber Immer weiter Und 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 immer weiter Fail Und immer weiter Und immer weiter Und immer weiter Erstmal immer weiter Pause machen Und immer weiter 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 Ah Scherz Mob Ich hab ne Verbindung Zum Unendlichkeit gebaut Ich bin Skiller Ah Tacke Ah Tacke Oh yeah Das letzte Mal hab ich die Burg hier gewonnen Das baut hier auch noch ne Burg Geil Naja Letztes Mal hab ich auch nicht aufgenommen 150 150 150 150 Ich lauf 150 Meilen um den Kreis Ich will jetzt so ganzen ganzen Scheiß Will jetzt 150 haben Und das hab ich auch gehabt Und ich will jetzt 150 für den Scheiß Hey Und falls du meinst Ich bin ein Clown Ja, bin ich Hahahaha Das muss ich nur mal erwähnt haben Kommt noch genug Hab genug Zeug Ah Tacke Wir sind Team Rode Wir führen die Mitte Hallo Aaaaaaah Das verkenntnis ist der Aspekt Besserung Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 Und wir bauen rüber Für ein ganzes Bier Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Ah Oh mein Ich lebe noch Ich lebe ja noch Ah Ich lebe noch Wie geil Oh mein Gott Ah Ich hab mich gerade so hart erschreckt Alter Leute Wie geil War das denn jetzt Merp Alter Oh mein Gott Ich bin so schlecht 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 Man sagt doch immer Eine Spitzhacke mehr braucht man nicht Ah Tacke Das muss ich auch ausprobieren Ich bin der Führer Ich kann das Oh mein Gott Oh mein Gott Schlecht Oh mein Gott Wer ist der Beste Ich bin der Beste Oh yes Okay So Weiter geht's Gerade kurz Der Brech Und falls ihr den Ton Gerade nicht gehört habt So Weiter geht's 595 So Es kam gerade beschwert Ich bin so dumm Oh mein Gott Es kam gerade beschwert wegen meiner Lautstärke So Wir holen uns gerade hier mal Auf frisches Stock Damit wir weiter brauchen können 70 90 Yehoo So Ganz schön Ich habe noch plötzlich geholt So 100 Das müsste reichen Also wie war es Spitzhacke mehr Brauchen wir nicht Ah Tacke Stiller Kehrte ein Nichts bewegte sich Doch die Antacke Legt uns weiter Habe ich es auf Gommel gehört Ist so ein Jersey Ding Das ist so ein Jersey Ding Okay Mehr als Spitzhacke brauchen wir nicht Gell Wenn die sich da verteidigen Kann ich doch Ja ja Syntoxion Achso Habe ich Weil ich das nicht gesagt habe Wir spielen natürlich auf Syntoxion Wie immer Ähm So Orange sieht gerade Irmlich ungeschützt Aus Da reden wir rüber Nein Fast gehabt Team Blau ist weg Da hat man Wehen Danke Adolf Ach was So Wir holen uns mal ganz schnell Hier das Zeug Ich bin gerade fast runtergesprungen Ich bin so dumm Dass man mich Klasse Gegen die Wand klatschen könnte Nochmal einfach Einfach rüberrennen Und holen Hoffentlich haben die Ordentlich haben die Jetzt keine Sicherheitsvorkehrung Getroffen Oder sowas Au Das hat wehgetan Tja Ohne den zu töten Werd ich wohl jetzt nicht mehr schaffen Rüber bauen Oh yes Das ist eine wehste Idee Die ich jemals hatte So Luftantacke Nein Was tust du da Du verrätst mich doch So Nichts wie da rüber Aber die bemerken mich nicht Ich kann mich Vollgas in ihre Richtung bauen So dann holen wir uns die mal ganz schnell Sie haben mich doch bemerkt Au Au Möp Warum soll ich nicht mal Möp Wenn wir sterben Mysteriös Will er uns damit was sagen Kommt er von Illuminati Wir werden es nie erfahren Außer in der nächsten Folge Möp 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 SMS Möp ein Illuminatis Seite Und kann Ortlehr überhaupt Bad Wars spielen Oh, so okay So, wir gehen hier rüber he 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 Mirm Mirm Der dem 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 Ich baue mich auch gar nicht total komisch rüber NEIN Man kommt auch gar nicht auf die D Ehe. Hallo, ungeskinn. Oh, ich sag immer unge. Gomme. Das ist G-O-M-M-E. Komm ich baue ganz langsame Treppe. Ich habe einen tieferen Sinn dahinter für den Illuminati-Weg. Wir müssen auch von mehreren Point aus. wenn ich nur ein paar Block ja, immer nur ein paar Block, aber das reicht ich komm immer ein Stück weiter voran das ist die kleine Gleichkeit die man braucht wieso das, oh Illuminati findest du drauf auf www.illuminati.de ich hab immer die zwei selben Sachen kann das immer weiter, aber es funktioniert ist ja das geile ich komm immer näher ran bis es dann nicht mehr funktioniert naja, ich hab's zumindest versucht man kann mir nicht sagen, dass ich es nicht versucht hätte also, wer hat denn hier nicht was versucht also, also ehrlich okay, dann muss ich es aus einem anderen Weg versuchen äh, ich muss die irgendwie holen aber jetzt passen die vorne doch nicht mehr auf haha, zwei Frontenkrieg einfach zu führen, schnell ausgeführt bin der Größte oh, das wird keiner bestätigt ich hab's selbst bestätigt I'm Batman nooooooo Gabe kreift irgendwie keiner an ich will sterben ja, Gabe hat lange genug Zeit, sich gut aufzurüsten hab ich das Gefühl ich hab ja so ne geile Idee aber die ist noch geiler als ihr denkt also ah, der hat schon ja auch das gleiche wie die Ende der Perlen Kraft wow läuft bei denen schon so ganz hat mir gerade einen Schreck gedacht, weil ich gedacht, das würde sich funktionieren ah so richtig so bedeutungslos okay, wir haben also unsere Posten verloren unsere Mitte unsere innere Mitte Konnichiwa das war Illuminati ich spüre sie Team Grün unser Bett nee, wir sind Team Rot oh mein Gott, wir haben Team Grün zerstört geil also jetzt hier ihr Bett wie geil also, äh, cool also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll also lol Rennen, jetzt ja, in die Mitte wieder jetzt bin ich dran und rüber einfach rüberjumpen dann wann gibt's grüne Schleimblöcke kenne ich gar nicht Mann, ich hasse Postwärmer aah Jo, was ein Meter wird, du, schräg ich hab einfach einen Schwer du hast einen Versager, Mann Lappen aber egal Hauptsache, holen wir uns diese Runde Bock Big Spam Theory A ah 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 ow って Merp aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Merp ok die Terrorisierung ist mit ihren Terrorbogen hier der Bogen der Verdammnis es hat aber tut weh aber wir sind einer mehr das heißt wir sind einer besser wir sind sogar so besser weil wir Team Rot sind ja alter, leg dich nicht mit uns an doch wir sind Team Rot wir sind Rot wie denn Rot das ist nicht gut, das ist Team Rot aber wir sind Rot oh Gott oh Gott jawohl, wettbeschützt Alter, wir müssen ich brauch... Alter, ich brauch' ein Schwert danke, danke, danke ich hab' auch 150 aufm... das brauch' schon 150, wenn man 42 hat 42, ja, was sind das Lebensgesammelt oh mein Gott, Illuminati Illuminati eindeutig Illuminati mhm, ja, ja ich telefonisch grad mit Illuminati, ich frag' die grad ab ja, also, ja, versteh' ich ja, also, Bo Spam Wartleid hat ihn gekillt guck mal, da kommt der nächste und jetzt kommt und jetzt kommt oh mein Gott gelb wird sterben gelb wird sterben und damit existiert nur noch Grün grüner als die Grünen das ist die Grünen, die müssen noch auslöschen, weil wir sind die Roten ja, also wir können's oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott wie sich hier alle aufrüsten und ich einfach nur jedes Mal mit dem kleinen Zeug aber man, das ist ganz einfach 178 gutes Schwert wie viel kostet denn eine Ender- Enderperle ALA TIL TIL ok, du Mann egal, ich sammle mal ein bisschen ok, der will da schon sammeln wieviel kostet denn eine Ender- Perle ich bin reingekommen 400 scheiße ok, dann muss ich kurz in die Mitte weh, der hat einen Bogen AH wann, die haben ja alle Bogen was soll das ich kann keinen Bogen schießen man du musst nur daran glauben, Ordlight dann kannst du es auch du weißt es genau nur dir obliegt die Macht dies zu können äh lol Mann Leute, wir brauchen wir brauchen eindeutig eine Ender-Perle wer ist entscheidend, indem ich meine Ender-Perle aber im grün existieren noch zwei das heißt jetzt eigentlich ganz gut, wenn man jetzt sich ein mittelmäßiges Schwert tut das reicht schon ok, Sturm auf die Bastille die Attacke Fehler geht durch auch nein Oh du Idiot Egal Ich hole mir jetzt von innen Aber nicht weitersagen Zalando 70 90 90 100 Du Idiot Davon kann ich dich schon wieder Aber kann ich dich schon wieder schlagen hier Pass auf was ich jetzt mache Oh mein Gott Boah Spammer Aber ich hab den zumindest einmal gehittet Hab ihn gehittet aber trotzdem Das bringt ihnen nicht viel Der wird sich jetzt wieder sein Leben auffüllen Ah ja die sind ganz schön standhafte Jungs Aber sie merken dass es nicht Dass es mehr als nur eine Seite gibt Und ich werd mir die zweite Knacken Knacken wie die Knackwurst Was Das war jetzt so schlecht Ach du Scheiße Ach du Scheiße Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab Stücke So schlecht Okay Jo Kein Problem für den Ortleiter dieser Kur Geh wieder mitten rein Nooon Oh mein Gott Ich hab überlebt Komm her Jawoll Felix ist weg Oh mein Gott Sorry Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Ich wollte schiefschiefschreiben Oh mein Gott Also ich würde erst mal sagen Ich würde sagen Ich würde sagen Dass ich sagen will Dass ich das sagen will Weil ich sagen will Ja Deswegen würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal